hallo ihr lieben schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute habe ich für euch positive affirmationen vorbereitet positiv formulierte sätze die mit ihrer schwingung und frequenz auch positive energie in unser leben ziehen die sätze und affirmationen sind in der ich bin form formuliert ich habe jeweils drei affirmationen zu den jeweiligen chakren vorbereitet beginnend am wurzelschakra dazu spiele ich auch die dazugehörige schale den dazugehörigen klang und möchte euch einladen auch diese affirmation laut nachzusprechen also gerne wähle dir wieder einen ruhigen und bequemen platz und nimm gerne einen tiefen atemzug um anzukommen und genieße und spüre den ersten klang und nimm gerne einen tiefen atemzug um anzukommen und nimm gerne einen tiefen atemzug um anzukommen und nimm gerne einen tiefen atemzug um anzukommen ich bin in verbindung mit mutter erde ich bin mutig und voller selbstbewusst vertrauen in allen situationen vertrauen in klinik und voller selbstbewusst ich bin in absoluter sicherheit auf allen dingen die mich zu verletzen Ebenen. Ebenen. Ich bin die Schöpferkraft Ich bin voller Lust und Leidenschaft Ich bin von treuen, respektvollen und mich liebenden Menschen umgeben. Ich bin das Licht und leuchte im hellsten Schein. Ich bin mit einem gesunden Körper, der optimal funktioniert und voller Lebensfreude ist, beschenkt. Ich bin mit wertvollen Freunden gesegnet. Ich bin wertvoll auf allen Ebenen. Ich bin dankbar den Weg, der für mich bestimmt ist, zu gehen. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Ich bin mit frischer, sauerstoffreicher Luft versorgt. Schöpferreicher Luft versorgt. Ich bin bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin, das wahre Wort und meine Kommunikation fließt in Leichtigkeit. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin mit wachem Auge und klarer Sicht auf meine Ziele gerichtet. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin in der Lage, kreativ und intuitiv zum Wohle aller Menschen zu handeln. Ich bin dankbar geführt und geschützt in der universellen Liebe, zu leben und mein Licht in die Welt zu tragen. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin die Wahrheit. Ich bin. Ich bin, das liebevolle Wort. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Ich bin, das liebevolle Wort, welches an mich und an andere gerichtet ist. Amen. 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 Nimm nochmal einen tiefen Atemzug und spür nochmal rein. Was es mit dir gemacht hat, wie es sich anfühlt, diese positiven Affirmationen zu sprechen und was sich dadurch für positive Energie in dein Leben treten darf. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese positive Energie in dein Leben einzuladen. Bis zum nächsten Mal, eure Steffi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.